Hoch über dem Tal ragte majestätisch ein Berggipfel empor. Seine imposante Höhe und raue Gestalt hatten die Aufmerksamkeit vieler Reisender auf sich gezogen, doch nur wenige wagten sich auf seinen Gipfel. Der Berg galt als tückisch mit steilen Klippen und unberechenbarem Wetter. Doch eines Tages machte sich ein junger Abenteurer auf, den Berg zu bezwingen, angetrieben von dem Wunsch, sich selbst zu beweisen. Die Reise zum Gipfel war lang und mühsam. Der Abenteurer überwand Felsen und Felsbrocken, erkletterte steile Klippen und trotzte wilden Winden und Schneestürmen. Oft stolperte er und fiel, doch immer wieder stand er auf, entschlossen, sein Ziel zu erreichen. Tage wurden zu Wochen, während er sich höher und höher den Berg hinauf kämpfte. Schließlich erreichte er den Gipfel. Dort oben stand er, keuchend, nach Luft ringend, sein Körper gezeichnet von Blessuren. Aber er hatte es geschafft. Er hatte den Berg erobert. Mit stolzem Blick über das Tal verspürte er einen Stolz und ein Gefühl der Erfüllung, das er noch nie zuvor gekannt hatte. Als er dort oben im Glanz seines Erfolgs stand, bemerkte er eine Gestalt, die ruhig auf einem nahegelegenen Felsen saß. Es war ein alter Weiser, in schlichte Gewänder gehüllt, der offensichtlich den Aufstieg des jungen Abenteurers beobachtet hatte. Herzlichen Glückwunsch zum Erreichen des Gipfels, sagte der Weise. Er lächelte den jungen Mann an. Aber sag mir, warum hast du diesen Berg bestiegen? Der Abenteurer war von der Frage überrascht. Er hatte nie wirklich darüber nachgedacht, warum er den Berg bestieg. Es war einfach der brennende Wunsch gewesen, den Gipfel zu erreichen und sich der Welt zu beweisen. Ich wollte beweisen, dass ich stark bin, dass ich fähig bin, Großes zu erreichen, antwortete der Abenteurer. Der Weise nickte. Verstehe, doch sag mir, hast du die Reise genossen? Der Abenteurer zögerte. Er hatte sich so sehr darauf konzentriert, den Gipfel zu erreichen, dass er die Schönheit der Landschaft und die Lektionen, die sie lehrte, übersehen hatte. Ich bin mir nicht sicher, sagte er unsicher. Der Weise lächelte freundlich. Vielleicht solltest du einen Moment innehalten und nachdenken. Schau dich um und genieße die Schönheit der Welt, für die du so hart gekämpft hast. Erinnere dich daran, dass die Reise genauso wichtig ist wie das Ziel. Mit diesen Worten stand der Weise auf und ging weg, den jungen Abenteurer allein auf dem Gipfel zurücklassend. Der Abenteurer setzte sich auf den Felsen, wo der Weise gesessen hatte und fühlte eine Leere in sich. Als er über das Tal blickte, sah er es plötzlich mit anderen Augen. Die grünen Wälder, die funkelnden Flüsse und die endlose Weite des Himmels. Er erkannte, wie viel er verpasst hatte, indem er sich ausschließlich auf seine eigene Ambition konzentriert hatte. Er verweilte lange dort oben, die Worte des Weisen und die Lektionen, die er gelernt hatte, bedenkend. Als er schließlich den Berg hinabstieg, tat er dies mit einer neuen Wertschätzung für die Reise und einem bescheidenen Respekt vor der Weisheit derer, die vor ihm gekommen waren. Die Geschichte lehrt uns, dass die Reise genauso wichtig ist wie das Ziel. Es geht nicht nur darum, das Ziel zu erreichen, sondern vor allem darum, den Prozess zu genießen, von ihm zu lernen und die Schönheit der Welt um uns herum zu schätzen. Der Abenteurer war so darauf fokussiert, sein Ziel zu erreichen, dass er vergaß, die Reise und ihre Lektionen bewusst wahrzunehmen, zu lernen und im Moment zu leben. Erst durch die Worte des Weisen erkannte er den wahren Wert seiner Reise und begann das Leben im Moment wahrzunehmen und zu genießen.